Aufsteigen ganze Komoot für den Hochregenmord kommt Sooo das war Teamwork, Alter Aber hier liegt ne Pistole für den Ja, das war echt Teamwork Direkt da wo ich geh Grüne Pistole für Fillio Oh ne, endlich meine Elektrowaffe Was ist das, das ist für welchen Skin war da? Äh, kein Plan, warte mal Musst du mal lesen, weil da steht immer für wen das ist Hab ich endlich mal richtig viel Platz für meine ganzen Sachen Äh, so, zwei Pistolen, zwei, drei Schaltet diesen Für wen, das steht ganz am Anfang, bla bla bla, Skinout Bandit 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 Ja, dann ist es für alle Ganzirka Für dich, ja Ganzirka Cool, neues Kind Du hast irgendwas da runter geschossen Ja, äh, hier ist Was war das, ne Granate, ne? Ich glaub schon, sie sah fett aus Ja, die ist Hey, aufnehmen Was würde das? Die macht ordentlich Schaden Leute, vielleicht auf dieses Maus, oder? Das ist wieder ein Boss Das ist wieder ein Boss Ja, schuld bitte dein ganzer Ruf ihn Scheiße Nein, der kann sich porten Ach, du heilige Scheiße, das wird jetzt ein geiler Kampf Ich hab einen der Schilde kaputt macht, eine Pistole Alle die immer so sind, ne, jetzt bin grad ein ganzer Modus Hier, wo Da ist er Okay Ich hebe ihn hoch, soweit ich ihn hochheben kann Kann er sich aus dem, aus der Blase rausbauen, eigentlich? Jetzt, nein Das ist das Gute daran Alter, Ganzirka und Sirene sind, glaub ich, richtig stark zusammen Ja, weil ich einfach draufhauen kann, dann Also, liebe Leute, falls ihr zu zweit spielen sollt, empfehlen wir euch Ganzirka und Sirene zu spielen Ja, weil der eine Stunt halt und der andere knallt drauf, wie bekloppt Ja Ja, wie bekloppt, trifft's ganz gut Ja Du musst ihn immer anhören, manchmal Er redet ja manchmal dabei, wenn er ein ganzer Modus ist Das ist so geil Ja, er brennt, das zieht ihm ordentlich, Alter Ne, wenn er portet, ist der Brandschein, glaub ich, und Säure hab ich ihn auch raufgebrannt Ja, das ist geil, wir brennen und Säure Scheiße, hab keine Munde Okay, warte, ich kann ihn gleich Ja, er brennt wieder Sehr gut Okay, was ist das Grüne? Das ist ein für... Vladoff Schaden, für die Vladoff Waffen Wer hat Vladoff Waffen? Am meisten Ich hab doch gar keiner Wo steh ich das? Torge Doch, das ist so... Ja, Jacob ist da Aber will die es wirklich jemanden? Ich glaub, das sind diese Iridian, ne? Das will doch eh keiner, oder? Ich hab nur Iridian Waffen, um Welt zu sein Ne, eine Torch Zwei Torch, zwei Iridian, aber... Haha, was für eine Händschel, Alter Ja, mit einem Schuss Äh Alter, Josch, du hättest mal... Es gibt so einen Trailer zu den Waffen, ne? Ja, den hab ich mir angeguckt Auch zu den von den Wegwerfwaffen Ja, eigentlich schau' Das mit dem Daumen Also das, wo er meint von wegen, was für Granaten gibt und so Ne, 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 so ein anderer, das ist so im altmodischen Style Da kommt so eine Frau und so und so und so, so eine Art Cowboy Ja, ich bin ja schon auf der Weg zu mir gewesen, das ist mir nur nie Zeit Alter, ich hab schon gesagt, danke, direkt im Anschluss Du willst mir immer dreifach danken, wenn du... Nein, ich will gar nichts danken Ja, das war ein Spaß, mein Dann geht er da so hin Hey, wie geht's dir? Mir geht's dir? Mir geht's gut, nur ich kann meine Familie nicht beschützen Weil ich keine Waffen habe, da bin es auf Waffen von mir Ja, aber ich kann sie nicht nachladen Weil ich hab meine Daumen verloren, ich hab also keine Daumen mehr Das ist kein Problem, denn wir haben eine super tolle Technologie Was ihr gar nicht nachladen müsst, sondern ihr könnt die Waffen einfach wegwerfen Das ist so geil Das war der Slymer Gross Lol, der hat eine Waffe fallen lassen Was ist daran eigentlich, Leute? Ich hab's einfach gesagt, LOL Leute Okay, ich würd sagen Wir sollten einfach weiterlaufen, weil die Viecher waren, glaub ich, eben alles schon mal da Und wir haben so lange... Ne, die kommen von da hinten Ich hab da 30 Gags gesnipert und dann... Alter, ich hab echt keine Muni mehr, meine Muni geht echt dauernd Gerade Ich hab, Alter, ganz öfter hab grad auch Munition zu tun Du kannst aber, dass Munition, äh, keine Munition verbraucht wird beim Ganzen einstellen Das kannst du als Skillbaum machen, in der Mitte, im mittleren Baum Ja Keine oder weniger Ganz wenig Fast keine Oh was Da bin ich auch gerade eifrig dabei, das zu skillen, um A zu sein Man will einfach nicht mehr aufhören mit dem Gunblocking Hier ist ne weiße Waffe, die brauchen wir nicht Das soll man auch nicht mehr Bam Da ist der letzte Uuuu Alter, es ist im G macht immer noch der mit viel Schaden Iridium Iridium Power Jetzt hab ich wieder 8 Ich hab 11 Ja, ich hab aber vorhin alles ausgegeben, 3 So, was haben wir denn hier Ich will mal wieder ein Bossfight haben Ich will mal wieder ein Bossfight haben Das war noch Bossfight, mal Das war kein Bossfight, sonst muss Wartet mal Mich ist sowas ein Bossfight Da sind Munitionsgeschäft, das ist sehr schön Munitionsgeschäft Dauer Schilde bitte, ein geiles Schild mal So, was haben wir denn hier Schlecht, 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 schlecht Schlecht, schlecht, schlecht Oh, hier ist ein gutes Schild Wenn es aufgebraucht ist, das ist das Blablabla, oh, das hol ich mir mal Wie viel hat dein altes Schildmodus? Das hat 599 Okay, das ist weg Aber ich hab jetzt eins gefunden Also ich brauch halt eins mit ganz viel Kapazität, weil ich dieses Minuszeug hab Ja, ich hab mir grad eins für 700 gekauft Zieh mir mal ganz kurz den Pullover an Na, noch ein guter Partner Willkommen in Dr. Zets, tragbare Klinik Was kann ich für dich tun? Ähm, ich hab noch ne blaue Pistole, die könnte Philipp gebrauchen, oder? Die könnte er theoretisch wirklich gebrauchen Amst, issel Brauchst du ne blaue Pistole, Philipp? Mit wie viel, was hat die? Kein Plan, ich schick sie da mal Obwohl ich die eigentlich grad benutze, glaub ich Nee, Quatsch, ich weiß auch nicht Gesleckte Gegner leiden mehr Schaden Ja So, ähm, übrigens nicht vergessen, ihr müsst eure Badass-Punkte mal wieder verteilen Ja, hab ich letztens gemacht Das kommt schnell wieder Ja Maximale Gesundheit, hier Rückstoßdämpfung, kritischer Trefferschaden Schild Nachleidegeschwindigkeit Ja, das hab ich ja auch gemacht, geil Elementarwahl Äh, Josh, wenn du die behalten willst, kannst du die behalten, mein ist besser Ähm, ja, dann schick sie zu Aber du musst mal verkaufen, du hast auch eben gemacht, hoffentlich Alles was, alle Waffen, die du nicht benutzt, verkaufst du Na, schluss dich Findest eh neue, deswegen Ich glaub, Josh, hat sie jetzt langsam verstanden Also, wobei ich noch drei Waffen im Inventar hab So, Philipp, wenn du dich jetzt nicht bewegst, dann wär' das nett Ganz kurz Das waren zwei Schüsse mit dem Raketenwerfer Philipp hat von fast leer bis ganz voller Rüstung Äh, bis ganz volles Leben Ich muss nachladen, hoffentlich sterbe ich jetzt nicht Gut, öffne ich irgendwann das Ich bin mir verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin Wenn das Geld stimmt, rette ich den Eindruck Halbtot, ah, und das krieg ich wieder hin, das ist so gestört, Alter Geht's weiter? Da siehst du nämlich nach, hoffe ich nach Bossfighters Okay Findet Zwingerblock Zwingerblock könnte irgendwie ein Block sein Oder irgendwie so englisch ausgesprochen Zweinerblock oder sowas, dass das ein Endboss ist Zwingerblock, hier ist alles in Deutsch Ein Zwingerblock Soll das sein? Ein Zwinger Ein Zwingerblock Ne, könnte sein, dass der Waffengistler Wuuu Zwinger Oh, ich hab ein Video gefunden Ah, Slack-Probe Aber was haben wir denn hier? Klasmos, alles für den Gunsirker Ne Mikromancer, alles für Okay, das nehm ich mir Nein, Spaß, hier, der kriegt da eine Ich leg einfach Guck sie mir nicht an, ich leg zwei Ups, das war die falsche Waffe Die hab ich genommen Nein, das ist meine SMG, die ich im Inventar habe Die hab ich jetzt Die hab ich jetzt Das ist meine beste Waffe Und das hättest du vorher bei denen Da, ich hab's für jeden eins runtergeschmissen Ich hab schon einen gehabt Nein, ich hab alle drei Sicher Äh, toll, das ist hier eine erforderliche Klasse Ne, äh, Makromancer Ja, ich weiß Deshalb hab ich sie mir auch genommen Ja, jetzt hab ich gar keinen bekommen Aber ich hab jetzt Uh, das sieht ja voll kräftig aus dir Kannst du mir die Waffe geben? Was kriegt ihr dafür? Du kannst auch einfach im Inventar gehen Und Q drücken Wenn du drauf bist Dann lässt du sie einfach fallen Falls du Äh, falls man kann Die sieht voll cool aus, man Ja, die hab ich von Philipp bekommen Als ich ihm die Sniper gegeben hab So, auf geht's, ne? Ja, hier ist schon wieder ein Fechtes Und an die Bruchschule Warum? Alter, das sieht ja mal derbe geil aus Leute, guck mal bitte unten Ja, hab ich schon gesagt Hab ich doch grad gesagt, Mama Ob das keiner zuhört Was? Dass das voll geil aus sieht Was sieht geil aus? Weißt du, das hier meinte ich übrigens gar nicht Ich meinte eigentlich auf meinem Schild Das jetzt, weil das ein Säureschild ist Ähm, also Säureblasen sind drum rum und so So, jetzt werde ich mal mit zwei Raketenwerfen von Ganser Aber hier sieht es natürlich auch derbe geil auszunehmen Haha, Josch Haha, das waren zwei Zwei sind hier noch Wo denn? Okay Hier bei mir ist einer Down Ich hab schon ganz vergessen, wie man mit einer Rapp geschießt Das solltest du auch Tch Das geht einfach den mittleren Baum komplett und so einmal Oh ne, Säures, ne? Aber die ist schlecht Oh mein Gott, was war das hier? Irgendwas eingeschlagen? Ich muss mal da hinlaufen Das ist der Mond, das ist diese Basis da oben Oh mein Gott, was sind die Roboter Säures, der wir gut gegen die Falls das noch keiner wusste Ne, das hat mir noch nicht gesprochen Alter, hier rummuchte viele Fuck halt Wer einen dabei? Josch? Warte, komm Ach egal Nein Oh man Oh man Josch, links neben dir Dann gemut So ich hab eine Sorge Scheiße, aber ich nehme den Boah, was ist das denn für Viecher, ey Ne, geht Oh Gott, Josch? Oh Gott, Josch? Du kriegst Leben Ich krieg Leben Ich krieg Leben So Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Ja, ja, schier volles Leben haste, ne? Oh Gott, der Raketenwerfer fliegt sich die Gegend um Oh, ich bin gleich Level 20 Zeig, zwei Raketenwerfer Echt jetzt? Eine, zwei Balken Ja, bis zwei Balken habe ich noch, circa Ja, ich bin glaube ich einen halben Balken vor dir Das ist voll heftig, weil man denkt immer, wenn man Guild Wars spielt, dann dauert es immer so lange im Level Und hier geht es jetzt noch schneller Findest du? Wir sind jetzt auf Level 20 ungefähr Ja, aber wir haben auch viel weniger gespielt als Guild Wars Nein So, wo immer, was ist das? Bis auf Level 20 zu kommen brauchst du weniger Zeit Aber dann Ich meine, für ein Level Ja, hier kommt es mal drauf an, welche Mission man macht Wenn man eine Mission macht, die übereinstellen, dann geht es richtig schnell Und wenn man sowas wie so einzeln Nebenmissionen macht, dann geht es oft sehr langsam Naja, ich bin jetzt, ich bin jetzt die ganze Zeit, ich bin ein Level, aber von daher kann ich das nicht behaupten Wir spielen überhaupt erst eine Stunde Hm? Oh, nö Irgendwie fällt sich das nicht gut an hier Irgendwie fällt sich das nicht gut an hier Achtung Hyperion, das wäre geil, wenn wir hier irgendwie Waffen verlieren Aber Hyperion, das wäre geil, wenn wir hier irgendwie Waffen verlieren Aber Hyperion, die eher nicht Das ist kein Problem, denn Moritz ist ja nicht Moritz kann sie alle daumen machen, das ist kein Problem, wenn er einfach nicht so gut seit wie ich All das ist vollständig Ah fuck, ich habe die falsche Waffe ausgewählt Scheiße, ich hätte den Roboter am Ende müssen Oh, leck mich doch am Arsch Und Er ist Down Nein, noch nicht ganz jetzt Puh Ich habe Sechsmal aufgeschlafen Ein Klassmod für keine Ahnung Also dreimal eine Zeit für mich gewesen Schon wieder erforderlich Ganz circa Was? Hier Warte mal Ja, aber das ist schlecht Ich weiß Ja, nehm ich ihn, den kann man verkaufen Alter, was das für ein heftiger Josch Ja Verlegst du mich nur holst? Ich benutze Ja, hallo, ja Ich habe mir schon an mir Ich kann es nicht für die ganze Zeit für mich, wenn ich zu dir mach Ja, alles gut Gefilet, ich verwarte, Josch Ich lasse mich die Fetten da hoch, Josch stetsche aber das war ein Plan sich direkt davor und jetzt mit der Schroo Schroffballer Farbe meiner Säure Schroffballer Oh Mann ich komme auf Boller drauf ich komme aus der Schaffung der Schaffung was mir denke das Mittel wir haben eine Säure zieht ihm ab wenn ich jetzt die Säure da kann ich nichts für gut Philipp ich dachte du kommst da konnte ich nichts mehr machen Philipp und du warst gut ich wollte gerade zu dir rennen weil du gesagt hattest Moritz ich komme deshalb dachte ich das dass du hinter mir stehst und wartest bis er tot ist nur Probras Huuu oh lol wo sind wir denn das Wort hier lol lol lass mich lol sagen ja lol lol trollo doll trollo doll ich kaufe mir kurz neue Munition für mein Dings ja gar nicht so schlechte Idee hey was Justin wohl für eine Freude haben wird wenn er jetzt die ganze andere fette Aufnahme hochgeladen hat ich komme jetzt gleich in die nächsten Folgen ja es ist wahr dass meine Waffen größtenteils von toten Wanderern aus den Händen gerissen wurden aber wenn du willst kauf bei mir es ist einfach borderlands humor hoffentlich kommen noch mal so ein paar epische Momente wie mit der Stadt bestimmt nicht glaub ich auch nicht sowas gibt sie nicht so im Motor ok seid ihr bereit 3 2 rein mein Gott was ist das hier sieht aus wie ein Rätsel hoffentlich ist es ein Rätsel Blockwing müsste einer dieser Zellen sein keine Angst vor den hässlichen Dingern die in den anderen sitzen die kommen nicht an dich ran geh einfach weiter zu Blockwing dann hast du dich zum Ausdruck werten irgendwas dummes passiert dass die Wänder hier aufgehen oh was heißt wetten es passiert hier ist was von dem Zeug was hier ach da müssen wir wieder nein jetzt sind Raketenwerfer-Munition nimm du die mal Moritz die kann ich nicht aufnehmen es zählt für alle es zählt für alle einfach E-Gedrückt halten wie E-Gedrückt halten ach dann nimmst wenn du E-Gedrückt hältst dann nimmst du wir müssen hier in diese Zelle rein wir brauchen das Zeug hier haben wir da ist ne Waffenküste wo hier hinter dir oh hi na komm und da ist ein SMG drin und das ist mein das SMG kommt direkt diesen Humor an das SMG nicht das ist dein hier ist dein ich kann Philipp haben wenn er will Philipp das SMG braucht mich nicht Leute was denn das für Roboter Leute Alter die sind richtig stark die haben erstmal Philipp um mich und Josh taunt gemacht alle rauf auf den einen we war Beuteloader we war oh ne wer den gelegt Philipp wir lagen alle auf dem Boden ja klar ich hab Raketenwerfer ich wette ok ok wenn ihr ich wollte sagen so verlebt welchen Humor was mit dem SMG das wollte ich für mich geben aber der scheint so als würde nie zuhören und nie was haben wir mich doch das SMG ich weiß was ist denn das mit SMG mit Strom Schaden nehm ich gerne oh was Alter oh effektiv gegen Schilde ich nehme das SMG jetzt mit und ich wäre Gott sei Dank die Experimente ohnehin teilen Flutsch und Medici bitte lasst ihn gehen oh oh Entswerze nennen sie mich nicht das ist der Suchsobjekt für unsere Zwecke unbehalten sein Mann hat schon durchfasst er könnte sich alle sterben und es ist lebt sollten sie es mir Dauer des Facebooks um 1,2 das SMG 2,5 ich habe es genommen nein warum was fällt hier ein Jos gib mir 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 muss einfach freilassen klicken einfach Q da liegt das jetzt in der Fall da ist es tausend mal besser als Pistole Blotring was steht hier Moritz zähle mal die Waffe rein Moritz das Sturmgewehr hier ist übrigens noch eine Kiste Freunde also ich mache es jetzt auch voll geil wo Philipp da wo der rote rauskommt oh oh was trifft der immer nur mich das kann nicht sein der hat mich auch voll gedamaged lebt immer noch dein Schild ist einfach nicht hier als mein Josch stößt mich um ja gut dann nicht ja hier mit dem Gangsäcker rauf Josch Wasser 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 du sollst mir den Gangsäcker raufziehen und leute ich finde wir können ja auch nicht immer wieder belegen 21 oder so ja der ist aber er ist gleich schießen abschießen 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 ab lass mich hin lass mich hin lass mich hin hier mache ich doch ich sagte die ganze schießen abschießen abschießen ab hier ganz hinten hier ganz hinten hast du schon gesehen da oben Glotbring dass der total ähm gefährlich ist und so meintest du eigentlich das Philipp mit dem Humor dass das da oben steht ja alles auch noch dick steht dass der da ist aber du bist